Heute kommen für euch neun Quereinsteiger-Jobs, die ihr mit etwas Fleiß lernen könnt und bis zu 38 Euro die Stunde verdienen könnt. Sieben davon könnt ihr sogar super im Homeoffice ausüben. Aber warum wollt ihr eigentlich euren erlernten Beruf gegen eine Branche oder einen komplett anderen Beruf tauschen? Ein Quereinsteiger ist offiziell jemand, der in eine fremde Branche wechselt, ohne dafür eine klassische Ausbildung oder Studium absolviert zu haben. Also habt ihr zum Beispiel Mechatroniker gelernt und fangt nun als Verkäufer im Außendienst an. Am Beispiel des Lehramtes, zum Beispiel von 35.000 eingestellten Lehrkräften in 2023 waren zum Beispiel 12% ohne klassische Lehramtsausbildung. Also 4.200 Menschen. Warum? Also ihr nicht auch? Bevor wir jetzt mit den neuen Jobs starten, die sich gut für Quereinsteiger eignen, lasst uns doch bitte kurz ein Feedback da, ob euch unsere Videos gefallen. Wenn ja, dann gebt uns ein Gefällt mir und abonniert unseren Kanal. So, nun geht es los mit unserem ersten Homeoffice-Job für Quereinsteiger. Der Reiseberater. Ihr plant und organisiert Reisen für Kunden, beratet bei der Auswahl von Reisezielen, Unterkünften und Transportmöglichkeiten, basierend auf den individuellen Wünschen und Anforderungen und Budgets der Kunden. Ihr kümmert euch um die Buchung der Flüge, Hotels, Mietwagen und erstellt den Kunden detaillierte Reisepläne. Ihr wisst genau, worauf es bei den Visa-Anforderungen ankommt. Impfung und lokale Geflogenheiten kennt ihr außerdem. Man will ja schließlich nicht, dass der Kunde eine unschöne Überraschung am Flughafen erlebt. Treten Probleme während der Reise auf, dann unterstützt ihr außerdem bei Umbuchungen oder Stornierungen. Ihr wisst alles über die aktuellen Reisetrends und Angebote und könnt den Kunden unvergessliche Urlaube erfüllen. Idealerweise habt ihr eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Detailgenauigkeit und fundiertes Wissen über die Reiseziele weltweit. Reist ihr selber gerne, dann ist das umso besser für die Kunden und deren Buchung. Als durchschnittlichen Verdienst haben wir hier 2.650 Euro im Monat und basierend auf einer Wochenstundenzahl von 160 Stunden, da gibt es einen Stundenlohn von 17 Euro. Unser zweiter Homeoffice-Job ist der Verfasser von Rezensionartikeln. Als Rezensionist bewertet und analysiert ihr Bücher, Filme, Musik oder andere Produkte. Ihr lest, schaut und seid Zuhörer der Werke und macht Notizen zu den wichtigsten Aspekten, wie zum Beispiel den Inhalt, Stil und Qualität des Werkes. Anschließend verfasst ihr eine kritische Rezension, die sowohl positive als auch negative Punkte berücksichtigt. Schließlich wollt ihr den Kunden bei der Kaufentscheidung ehrlich unterstützen. Diese Bewertung veröffentlicht ihr in Zeitungen, Zeitschriften, Blogs oder auf speziellen Plattformen, welche die Produkte anbieten. Ihr als Rezensionist achtet darauf, eure Meinung objektiv und fundiert darzulegen, um den Lesern eine wirklich hilfreiche Orientierung zu bieten beim Kauf. Eure Fähigkeiten umfassen gute Schreibfähigkeiten, analytisches Denken und umfassende Kenntnisse im jeweiligen Bereich. Dann ist das genau euer Job. Hier könnt ihr mit einem durchschnittlichen Verdienst von 2808 Euro rechnen, was ungefähr 17,50 Euro die Stunde bedeutet. Unser dritter Job für Quereinsteiger, welcher auch im Homeoffice ausgeführt werden kann, ist der Transkriptionist. Ihr wandelt die gesprochene Sprache in einen schriftlichen Text um. Während den laufenden Audioaufnahmen von Interviews, Meetings, Vorträgen oder anderen Veranstaltungen hört ihr zu und tippt den gehörten Inhalt präzise ab. Dabei achtet ihr auf Genauigkeit und korrekte Grammatik. Euch stehen dafür zur Unterstützung spezielle Transkriptionssoftware zur Verfügung, um den Prozess zu beschleunigen. Also ihr müsst nicht alle selber machen. Ihr seid in verschiedenen Branchen tätig, wie zum Beispiel im medizinischen, juristischen oder journalistischen Bereich. Ihr könnt gut zuhören, schnell und fehlerfrei tippen, dann ist das etwas für euch. Zusätzlich zu ausgeschriebenen Stellen gibt es auch noch einige Webseiten, wo ihr euch als Transkriptionist etwas verdienen könnt. Und diese Liste seht ihr hier. Der durchschnittliche Verdienst hierbei liegt bei 3.000 Euro, was ungefähr einem Stundenlohn von 19 Euro entspricht. Unser nächster Job ist der Blogger, auch im Homeoffice. Ihr erstellt und veröffentlicht regelmäßig Inhalte auf einer Website, Social Media oder anderen Kanälen. Ihr recherchiert für eure Beiträge zu bestimmten Themen, schreibt Artikel, wählt passende Bilder oder Videos aus. Und hierbei achtet ihr auf ansprechende, gut strukturierte Texte und korrekte Rechtschreibungen, damit das einen guten Lesefluss für den Zuhörer oder Zuschauer ergibt. Zu den Aufgaben des Bloggers gehören auch die Suchmaschinenoptimierung eurer Beiträge, die Werbung über soziale Medien und ihr wollt natürlich eine große Reichweite damit erzielen. Ihr interagiert mit den Lesern durch Kommentare, E-Mails, analysiert die Website-Statistik und passt eure Inhalte natürlich entsprechend an, was gut gelaufen ist. Macht ihr nochmal. Geld verdient ihr hier durch Werbung, Affiliate-Marketing oder gesponserte Beiträge. Zu euren Fähigkeiten sollten am besten Kreativität, Schreibfähigkeiten und technisches Know-how zählen, damit ihr als Blogger erfolgreich sein könnt. Hier liegt der durchschnittliche Verdienst im Monat bei 3.150 Euro, was ungefähr 19,50 Euro Stundenlohn macht. Der nächste Homeoffice-Job als Quereinsteiger, der sich dort eignet, ist der Personalvermittler, also der Rekruter für verschiedene Unternehmen. Ihr als Rekruter zum Beispiel auf Xing, LinkedIn oder anderen Jobportalen sucht nach qualifizierten Kandidaten für offene Stellen. Dazu nutzt ihr die Suchfunktionen, um Profile zu finden, die den Anforderungen entsprechen. Habt ihr potenzielle Kandidaten gefunden, analysiert ihr die Profile, überprüft Erfahrungen, Fähigkeiten und kontaktiert die Bewerber per Nachricht, wenn sie zu dem potenziellen Arbeitgeber passen. Ihr postet natürlich auch Stellenanzeigen, verwaltet Bewerbungen und vernetzt euch mit den verschiedenen Bewerbungen von Fachkräften, um euch einen Talentpool aufzubauen. Ihr beobachtet außerdem die Branchentrends und arbeitet eng mit Personalabteilungen zusammen, um den Einstellungsprozess zu optimieren. Als Rekruter könnt ihr im Schnitt 3.467 Euro verdienen, was ungefähr 22 Euro die Stunde ausmacht. Unser nächster Quereinsteiger-Job, auch im Homeoffice, ist der technische Support. Hier helft ihr euren Kunden bei technischen Problemen mit Produkten oder Dienstleistungen. Ihr bearbeitet ankommende Anfragen per Telefon, E-Mail, im Chat und diagnostiziert die Ursachen von den Störungen. Mit gezielten Fragen und den Tipps, die ihr gebt, löst ihr am besten die Fehler direkt selbst oder leitet komplexe Fälle dann an spezialisierte Teams weiter. Als technischer Support installiert ihr außerdem Software-Updates, konfiguriert Systeme und bietet Schulung zur Nutzung an. Die Dokumentation aller Vorfälle und Lösungen ist sehr wichtig, um künftige Anfragen effizienter zu bearbeiten. Nach den Gesprächen sammelt ihr Feedback, um Produkt- oder Dienstleistungsverbesserungen durchführen zu können. Zu euren Fähigkeiten zählen am besten Geduld, Kommunikationsfähigkeiten und technisches Wissen. Euer Verdienst als technischer Support liegt bei 4.003 Euro im Mittel, was ungefähr 25 Euro die Stunde ausmacht. Jetzt haben wir einen Quereinsteiger-Job, welcher vor Ort ausgeführt werden muss, also nicht im Homeoffice. Und zwar ist das der Lehrer. Wie wir schon eingangs erwähnt haben, 12% der Lehrer, also 4.200 Menschen, sind 2023 eingestiegen als Ungelernte. Und ihr bringt letztendlich euer Fachwissen aus einem anderen Berufsfeld in den Unterricht ein. Zu euren Aufgaben zählen die Planung und Durchführung von Unterrichtsstunden, das Erstellen von Lernmaterialien und die Leistungsverbesserung der Schüler. Ihr könnt dabei praxisnahe Beispiele aus eurer vorherigen Berufserfahrung mit einbinden, um den Unterricht natürlich lebendiger zu gestalten. Ihr als Quereinsteiger nehmt natürlich dann an Fortbildungen teil, um pädagogische Methoden und Unterrichtstechniken zu erlernen. Ihr arbeitet eng mit den Kollegen und Eltern zusammen, um die Entwicklung der Schüler zu fördern. Weiterhin organisiert und begleitet ihr schulische Aktivitäten und Projekte. Als Lehrer solltet ihr Folgendes mitbringen. Flexibilität, Engagement und die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten. Eure Bezahlung ist nach dem Tarifvertrag der Länder geregelt. Und laut dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit bekommt ihr im Schnitt an Grundschulen zum Beispiel 4.600 Euro, an beruflichen Schulen 5.410 Euro und an Gymnasien 5.549 Euro. Das macht im Monat ca. 34,50 Euro die Stunde aus. Als nächstes haben wir den Promoter. Der Promoter ist am besten auch vor Ort angesiedelt und wirbt für Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen, um Bekanntheit und Absatz zu steigern. Ihr plant und organisiert Promotion-Aktionen wie zum Beispiel Verkostungen, Verteilung von Proben oder Infoständen bei Events. Ihr sprecht direkt mit potenziellen Kunden, erklärt die Vorzüge des beworbenen Produkts und beantwortet Fragen, die die Kunden haben. Ihr sammelt Feedback ein und berichtet über die Reaktion der Zielgruppe. Um eure Reichweite zu erhöhen, nutzt ihr auch soziale Medien und andere Kanäle. Natürlich solltet ihr als Promoter kommunikativ, überzeugend und kontraktfreudig sein, sowie ein professionelles Auftreten haben. Flexibilität und die Fähigkeit, auf verschiedene Menschen einzugehen, sind ebenfalls sehr wichtig. Hier bei diesem Quereinsteiger-Job liegt die Preis- oder Verdienstspanne bei 3.500 bis 5.500 Euro, was ungefähr 34,50 Euro die Stunde macht. Kommen wir zum letzten Quereinsteiger-Job, der auch im Homeoffice zu erledigen ist, und zwar dem Podcaster. Der Podcaster erstellt und veröffentlicht Audio-Inhalte zu verschiedenen Themen. Ihr plant die verschiedenen Folgen, recherchiert Inhalte und schreibt Skripte. Während der Aufnahme sprecht ihr allein oder mit Gästen, die ihr interviewt, wobei das hier auf Tonqualität und flüssige Gespräche ankommt. Nach der Aufnahme bearbeitet ihr noch die Audiodateien, entfernt Fehler und fügt ein Intro, ein Outro und gegebenenfalls Musik hinzu. Zum Schluss ladet ihr die finalen Folgen auf Plattform hoch, macht Werbung auf Social Media und interagiert mit euren Zuhörern. Um die Inhalte zu verbessern, werdet ihr die Statistiken aus und plant darauf aufbauend künftige Gespräche und Projekte. Ihr verdient Geld als Podcaster durch Sponsoren, Abonnements und die Provision von den Plattformen, auf denen ihr eure Folgen bereitstellt. Als Podcaster könnt ihr 6.051 Euro Median verdienen, was 38 Euro die Stunde entspricht. Das waren unsere 9 Jobs für Quereinsteiger in diesem Video. Wenn ihr noch mehr gute Jobs für Quereinsteiger kennt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis bald. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.